Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich mich bei meiner Fraktion bedanken, dass sie mir die Gelegenheit gibt, frei von präsidialer Zurückhaltung in die politische Debatte einzugreifen. Und das auch noch zu einem AfD-Antrag. Aber ich bin böse mit euch, weil es sich um einen Antrag von intellektueller Erbärmlichkeit handelt. Wir lesen, dass die Bundesregierung den Fall Yuschel sonderbehandelt haben soll. Ja, ich komme gleich darauf zurück, Herr Brandner. Und das sei empörend. Aber statt die Bundesregierung dafür zu rügen, das wäre ja eine Maßnahme, lenken Sie sofort ab auf den Betroffenen davon und erklären eigentlich, er sei es nicht wert, dass man sich um ihn gekümmert hätte. Und Sie belegen das mit Zitaten aus Kolumnen des Jahres 2011 und 2012. Das alleine schon ist erbärmlich, weil wir erwarten könnten, dass Sie das mit neuen Zitaten machen würden. Ja, Herr Brandner, das ist ja Ihre Meinung. Ich komme ja gleich noch darauf zurück. Die Welt hat heute dankenswerterweise dokumentiert, und zwar in unnachahmlicher Art, dass die Behauptung der Sonderbehandlung falsch ist. Und das kann man auch nachvollziehen. Und ich sage Ihnen mal, ich sehe Ihnen nach, dass Sie Satire nicht verstehen und deshalb solche Anträge stellen. Sehe ich Ihnen nach. Aber was ich Ihnen nicht nach sehe, Herr Brandner, ich habe ja gehört, Sie sagen studierter Jurist, nicht nach sehe, ist, dass Sie die Bundesregierung auffordern wollen, was rechtswidrig ist, was verfassungswidrig ist zu tun. Sie fordern die Bundesregierung auf, einen Journalisten wegen seiner Äußerungen zu missbilligen. Und Sie wissen aus eigener Geschichte ja auch, denn Sie hatten ja noch gar ein Streitverfahren in Sachen Banker, dass das Verfassungsgericht festgestellt hat, dass die Bundesregierung dazu gar nicht befugt ist, weil nicht der Eindruck entstehen darf, dass hier direkt oder indirekt Zensur ausgeübt wird. Sie haben sich, was Sie angeht, beschwert über Maßnahmen der Bundesregierung. Und jetzt kommen Sie und fordern die Bundesregierung auf, genau das zu tun, worüber Sie sich beschwert haben. Und das nenne ich intellektuell ziemlich erbärmlich. Herr Kollege Kubicki, besonders gerne, weil das meine Redezeit verlängert. Gestatten Sie eine Frage? Bitte, dann. Ich möchte Sie die Fortbildung beitreiben. Geehrter Herr Kollege Kubicki, die Sonderbehandlung des Herrn Jützel ist die eine Sache. Aber etwas ganz anderes ist doch der Umstand, dass in diesem Hohen Hause es scheinbar nicht mehr möglich ist, Äußerungen, die direkt oder indirekt den Volkstod unseres Volkes verlangen, zu rügen. Und Herr Kubicki, sind Sie nicht vielleicht mit mir gemeinsam der Meinung, dass das für dieses Hohe Haus ein wirklich erbärmliches Schauspiel ist? Sie müssen bitte stehen bleiben, wenn Sie eine Antwort bekommen möchten. Zunächst einmal, Herr Kollege, hat Sie niemand daran gehindert, hier Ihre Reden zu halten und zu rügen, was Sie für rügensfähig halten? Das muss man im Rahmen der Meinungsfreiheit auch ertragen, das schafft dieses Hohe Haus. Aber Sie haben keinen Anspruch darauf, dass irgendein anderer Abgeordneter Ihrer Auffassung folgt. Das sieht die Verfassung nicht vor und das werden wir auch nicht tun. Und das war die Antwort. Sie können sich jetzt gerne wieder setzen, können auch stehen bleiben. Mir ist das relativ egal, ob Sie stehen oder sitzen. Aber die Tatsache, dass der Jützel im Hinblick auf Herrn Sarrazin sich daneben benommen hat, ist gerichtsfest festgestellt worden. Und wir alle haben ja mal schlechte Tage, die AfD mehr als andere. Aber jedenfalls ist die Persönlichkeitsrechtsverletzung nicht wegzudiskutieren. Und dafür muss man sich auch verantworten. Dafür durfte die Tats dankenswerterweise auch 20.000 Euro Schadensatz leisten an Herrn Jützel. Das mag sein, Herr Kollege Gornig. Und jetzt komme ich zu Ihnen. Persönlichkeitsrechtsverletzungen sind bei Ihnen übrigens auch Standard. Bei Ihnen persönlich möglicherweise nicht. Ich komme gleich darauf zurück. Bei Ihnen aber als AfD insgesamt ist das Standard. Als der Kollege Curio hier zum Doppelpass erklärt hat, dass die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung ein Lebensbeispiel dafür sei, dass die Integration gescheitert sei. Ja, nehme ich das noch hin. Das ist für mich grenzwertig, vielleicht auch unhöflich, unanständig, aber hinnehmbar. Banane. Aber dass Herr Gauland außerhalb dieses Hauses erklärt, diese Frau müsse man entsorgen. Diese Frau müsse man entsorgen. Mit der gleichen Satire dürfte jetzt auch 20.000 Euro auf dem Tisch liegen, die Herr Jützel auf dem Tisch liegen dürfte oder die Tats auf dem Tisch liegen dürfte. Was sind wir damit durch? Aber das ist genauso die Persönlichkeitsrechtsverletzung, die wir hier nicht wollen. Denn wer von Entsorgen spricht, funktioniert dabei immer, dass es darum geht, Reste oder Abfall zu entsorgen. Und ein Mensch ist kein Abfall. Herr Gauland, die Tats hat sich bei Herrn Sarrazin entschuldigt. Das ist nobel, das ist anständig. Dass Sie sich bei den Integrationsbeauftragten der Bundesregierung dafür nicht entschuldigen, zeigt, wie unanständig Sie eigentlich sind. Und das ist keine Politik, die wir in Deutschland wollen. Ich bin in diesem Land geboren worden. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe alle Möglichkeiten gehabt. Ich bin stolz auf dieses Land. Ich möchte nicht in eine Situation kommen, wo ich mich dauernd dafür schämen muss, dass politische Entscheidungsträger in diesem Land wieder so reden wie Sie. Herzlichen Dank.